Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Orks was sei das ist jetzt so ein überleben überlebenskampf also hier kommen nur Wellen vom Computer und da müssen halt immer die Orks umhauen, wiederkommen that's easy ich drück schon mal set ich denke mal wir werden die Runde hier verlieren dass die Runde ab Level 18 ist und der Tod ist keine Entschuldigung deine Dienste zu vernachlässigen also deshalb haben wir Level 18 die Runde die wir hier haben der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet und ich bin grad mal Level 13 und jetzt gehen und haben letztendlich den Wo war ich das gerade? Ja, ne? Oh, du brauchst sterben, du brauchst zu füllen. Der Leben ist gerade schwindet. Ich brauche jetzt gut. Mein Mann, er ist gefährlich niederlos. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Oh Gott. So schwer. Maximilian hat mich geknickt. So ein Mist. Alles noch dran. Also bei der einen ist es auch weg. Wir haben ja noch die Hälfte unserer Riftpunkte. Es sind noch mehr Feinde im Rift. Ein weiteres für meine Level-Sammlung. Unten ist noch Geld, da kommt noch keiner lang. Was ist das? Nur 2 da. Na ja klar. Oh, was ist denn da? Oh, was ist denn? Irgendwie sieht das aus. Der Gegner hat einen Kriegshauger geöffnet. Ein klitzekleinendes Orgenklein kam durch die Box gerannt. Sie haben unser Tor zerstört. Die Blut. Der Heist hat mich mehr durch die Boxe überwacht. Aber hat er sich nicht mehrt. Der Heist hat mich noch ein Problem. Der Heist hat sich nicht mehr zu erweitern. Was ist denn da? Ich mich nicht mehr. Wir schwachen die Schmerzen. Oh, du hast das Schmerzen nicht mehr. Da ist die Hand im Rauch. Ich schließe durch! Na ja... Was solls Ich werde jetzt nochmal schnell die anderen anwählen Vielleicht siehts dann besser aus Bis gleich So und da bin ich wieder Endlich mal wieder eine Gruppe gefunden Könnt ihr auf dem Uhr schauen Unten rechts ist hier meine Uhr Damit mir in einer Gruppe spielen will Und auch mal 5 Leute Nur 3 gegen gerade Die anderen beiden Ich hab gleich geschockt was für ein Level das hier ist Naja 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 Des Declar werden wir raus ganz einfach weil wir wussten, wie wir die lang gehen machen wir eine Seite zu oder? ich habe schon mal Zeit, dass ich bereit bin ich weiß nicht, dass man keinen sollte zu tun hier laufen ein Priester? oder mein Anwand? da haben sie dann da kann man hier auch noch einen reinkneiden hier ähm da kann man nicht mehr arbeiten hier war das ne Ich bin der Kumpel. Ich hab da die neuen rein Ich hab da die neuen Ich hab da die neuen Ich hol kein Geld mehr Ich hol kein Geld mehr Ja He he Oh Oh ja Oh 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 Okay jetzt läuft es noch gut Aber ich hab da noch eine 5 an 1 an Dann kommen wir auch rein Und dann ein bisschen schlechter Oh Oh WC He 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 Mega to Mega Let's go Let's go He 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 Uh He 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 Ja Oh Oh Wow Yeah Hier ist gut. ja 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 Schick die Boomratten und stürm die Mauer! Das mag gefallen! Ich höre die Mäste da! Aber die sind alle unten da! Und hier? Ich könnte noch die hier auflassen, dass alle nur dich einbüchen, die dürfen sich verteilen. Ich könnte noch die hier aufpassen. 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 Sie haben unsere Barrikaden zerstört. Ich könnte noch die hier aufpassen. 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 ig Mein zweiter Mächter ist da gut. Ich hab meine zwei Mächter gekriegt. Auf jeden Fall. Gott sei Dank. Stopp. 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 mit Qu LOL. Und einmal hier. Nein, nicht gleich viel anía束. Hier... oh, dann geht den Diffler raus. Aber hier... doch Nein Oh, die gibt's da gerne. Och ne, muss doch sein. Du bist nur schlecht empfangen. Nehmen wir mal hier die 7 rein. Zwar kein Bergpass das ist, aber wirds auch tun. Da machen wir 8 rein. Das sieht normal schlecht aus. Wir haben halt hier verstanden, dass wir hier nicht mehr verhalten. Das ist es für alle. Das ist es für alle. Das ist es für alle. Das ist für alle. Das ist für alle. Der Versteil ist ein ganzes Weg. Das ist für alle. Das war die Antwerp, der sich nicht mehr tut. Der sich nicht mehr. das ist eine nette stelle du hast nachgefallen oh du hast nachgefallen Die Gegner hat ein Kriegswager geöffnet. Uga, es mag feilen. Sie haben unser Tor zerstört. Das sind viele Töte. Das sind viele Töte. Krass. Krass. Oh. Krass. 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 Das ist so toll, ich... Zweite mal verloren Gut, das war's für heute Ich hoffe euch haben die Runden gefallen Ich glaube ich freue mich wenn ihr beim nächsten Video da seid Ich danke euch und viel Spaß Und auf Wiedersehen Schauen wir was interessant ist Ok Wer sagt Ok Gut dann bis zum nächsten Mal Tschütschü